ein hallo und willkommen zu folge 341 auf diesem kanal und dann würde ich sagen jetzt sind wir alle wach deswegen wünsche ich euch viel spaß und feuerfrei mit diesem bmw fahrer hier hier sind tempo 50 erlaubt aber das ist immer einfach nicht schnell genug über die sperrfläche die abbiegespur des gegenverkehrs aber damit soll es das noch nicht gewesen sein gute zwei minuten später an der nächsten ampel haben wir ihn noch mal vor uns hier sind wir mit falk unterwegs und er scheint verständlicherweise nicht ganz so gerne auf kuschelkurs zu gehen und da ich schon die kommentare riechen kann dass ein bus in der kurve ja mehr platz braucht und dass man damit rechnen muss wir gucken jetzt noch mal ganz genau hin ist es nicht sein ernst dass er in der kurve dann noch den fahrrad überholen muss alter aber das zeigt mal wieder radfahrer müssen unbedingt überholt werden egal wie schnell sie fahren hier über die linksabbiegerspur und da würde ich mal sagen klarer fall von verkalkuliert wobei ich mir auf dem rennrad auch zweimal überlegen würde ob ich da jetzt wirklich drauf halte oder doch lieber zurückstecken weil das duell auto gegen fahrrad gewinnt am ende immer das auto aber nicht nur radfahrer müssen unbedingt überholt werden das mit dem überholen ist gefühlt echt so eine endlos story und ich würde sagen wir hatten es jetzt eilig genug 80 erlaubt wir fahren 72 und gucken mal was passiert niklas schrieb noch dazu dass er mehr abstand hätte halten müssen aber wer so wenig verkehrsbeobachtung hat dass er einem 80 kmh blitzer auf 30 kmh runter bremst sollte sich überlegen ob er auf der straße noch richtig aufgehoben ist aber apropos verkehrsbeobachtung der fahrer hatte wohl erst seit einigen tagen den führerschein und der schaden am auto des einsenders belief sich auf circa 6000 euro verkehrsbeobachtung 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 mittlerweile bauen die autohersteller ja schon waren lichter in den außenspiegel so als toter winkel warner hilft aber auch nichts und auch wenn es so ausschaut der einsender gibt hier keine lichthupe das sind wir diese problematischen video effekte in kombination mit led licht an den autos das werden wir wahrscheinlich in zukunft noch häufiger sehen hier ist tempo 50 erlaubt und dahinten kommt eine nicht einsehbare linkskurve einfach eine klasse idee mit dem tempo innerort zu überholen ich werde mittlerweile oft darum gebeten von einsendern die geschwindigkeiten auszurechnen in solchen situationen brauche ich aber immer den gps standort dazu aber auf jeden fall kann man sagen in beiden situationen jenseits von gut und böse wir achten hier mal auf den betonmischer da vorne jenseits von gut und böse passt nämlich zu dieser situation auch ganz gut der betonmischer fahrer pendelt immer wieder in den gegenverkehr rein kann seine spur nicht halten und gleich in der nächsten situation fährt er auch über eine knallrote ampel die war nicht kurz rot sondern bestimmt schon zwei drei sekunden lang und unser einsender fabian entscheidet sich jetzt daraufhin die polizei zu verständigen da der einsender seine stimme verzerrt haben möchte und die polizei nur sehr bruchstückhaft zu verstehen war verzichte ich mal auf eine nachsynchronisierung kann euch aber erzählen hier hat er die polizei am telefon innerhalb von zwei minuten gelingt es der leitstelle auch genau den ort zu lokalisieren an dem sie hier fahren und der fabian entscheidet sich auch dem lkw zu folgen um immer wieder ansagen zu können wohin er als nächstes fährt wie hier zum beispiel dass er geradeaus über den kreisverkehr fährt und die einsatzstelle schickt jetzt hier beamte auf den weg diese hatten aber keinerlei chance noch rechtzeitig einzutreffen denn eine minute später fahren wir auf die nächste ampel zu das sah jetzt unscheinbar aus darum gucken und vor allem hören wir uns das jetzt noch mal an der lkw fahrer ist ja einem wartenden seat fahrer hinten drauf gefahren hat ihn dabei sogar noch angehubt der fabian sagte der lkw fahrer hatte nach dem aussteigen schon schwierigkeiten überhaupt still zu stehen und hat immer nur geschwankt die polizei hat dann später alkohol im blut des fahrers festgestellt und fabian hat hier mit dem anruf bei der polizei trotzdem alles richtig gemacht und das war einfach nur glück dass hier nichts schlimmeres passiert ist dass es hier nur an der ampel passiert ist und nicht vorher schon auf der landstraße zum beispiel zu einem frontal zusammenstoß gekommen ist hier sind wir auf der landstraße unterwegs haben gerade einen bagger überholt soweit so normal aber hoppla und das passiert wenn die seitenstreifen hier aufgeweicht sind verdammt schnell einmal mit dem lkw oder mit dem trecker zu viel platz für den gegenverkehr gemacht ins bankett gekommen sofort abgesagt und zack haben wir den salat wobei der traktorfahrer glaube ich durchaus noch glück hatte dass er nicht gleich vom anhänger noch mit auf die seite gelegt wurde mal abgesehen davon dass das was der lkw da vorne gleich fahren wird auch schon käse ist geht es hier vor allem um diesen blauen pkw der noch im letzten moment auf die abfahrt möchte und zack ausgebremst auf unter 50 kmh der einsender ist hier auf einer ziemlich schmalen straße unterwegs ohne großartige ausweichmöglichkeiten der entgegenkommende transporter fährt jetzt hier zurück in diese lücke rein und macht damit platz damit unser einsender durchkommt soweit so gut nur fragt ihr euch jetzt warum der einsender hier jetzt gehubt hat gucken wir noch mal genau hin und achten hier links auf den gehweg da muss man auch echt nichts mehr zu sagen oder eine rote ampel hatten wir heute ja schon aber noch keine grün werdende hier sind wir mit brv unterwegs und das weiße auto zieht jetzt hier sehr knapp vor ihm rein woraufhin er ihm eine lichthube gibt und dafür postwendend sofort ausgebremst wird und mit diesem ausbremsen ist dann auch diese folge hier ausgebremst ihr dürft gerne hier auf der linken seite noch zu einem weiteren video durchstarten habe euch noch zwei auswahlmöglichkeiten verlinkt und dann danke ich euch fürs zusehen bis zum nächsten mal und ciao aber beim im